Liebe Leute, es ist soweit. Es ist wieder Folkfestzeit. Herzlich willkommen hier auf der Single Couch am Straubinger Geib und Folkfest. Ich habe hier schon eine nette junge Frau. Die darf jetzt gleich sagen, wie sie heißt. Ich heiße Michaela. Freue mich sehr, Michaela, dass du bei uns auf der Single Couch bist. Vor allem, dass du dich traut hast bei uns. Wie alt bist du? 90. 90. Ja, wunderbares Alter, würde ich sagen, zum Oberhandeln, oder? Halle. Wo kommst du her? Aus Esch-Bern-Zell. Esch-Bern-Zell. Kann man das auch auf Hochdeutsch für Preisen sagen? Aus Elisabeth-Zell. Ja, wunderbar. Was suchst du denn so? Ich suche einen Mann, der nicht dünn ist, auch nicht gut gebaut ist, ist halt normal. Braune Augen, braune Haare. Soll er sonst irgendwelche Eigenschaften haben, die dir wichtig im Leben sind? Mei, es soll halt, es soll halt aufmerksam auf mich sein, dass wir immer wieder was machen. Ja und ja, pass. Hast du noch einen Wunsch an deinen Lebenstraumpartner? Es soll halt einfach perfekt sein. Das ist doch das super Abschlusswort. Ja. Liebe Leute, ich würde mich freuen, wenn es für Sie votet und schaut es bei uns nach und der Traumprinz wird bestimmt auf dich warten. Ja, hoffe ich auch. Eine schöne Vollgefestzeit. Danke dir. Danke. Danke.